Geklaut oder Steuern hinterzogen? Lappen weg. Schon ab nächstem Jahr könnte der Führerschein auch bei Delikten außerhalb des Straßenverkehrs entzogen werden. Offenbar soll bald der Gesetzentwurf vorliegen. Guten Abend und herzlich willkommen zu den Nachrichten. Und das sind unsere Themen heute. Handelsbeugnen. Fahrraddemonstration in Karlsruhe. Traktorkorso in Neu-Ulm. Menschenkette in Berlin. So vielfältig wie die Kritik am geplanten Freihandelsabkommen mit den USA wurde auch der europaweite Protesttag dagegen. Mehrere tausend Menschen gingen allein in Deutschland auf die Straße. Aber auch die Befürworter melden sich zu Wort, wie Sebastian Plantolch berichtet. Griechenland hofft auf Milliardenzahlungen aus Russland. Wer klaut oder Steuern hinterzieht, könnte bald seinen Führerschein los sein. Justizminister Maas will den Gesetzentwurf laut einem Zeitungsbericht noch dieses Jahr vorlegen. Schon 2016 könnte es dann ein Fahrverbot als Strafe geben, auch bei Delikten außerhalb des Straßenverkehrs. Das soll mehr Wirkung zeigen als die bisher üblichen Geldstrafen. Mehr von Angela Friedrich. Bei der Bahn könnte bereits nächste Woche wieder gestreikt werden. Die Spur eines der frechsten Diebstähle in der englischen Geschichte führt womöglich nach Deutschland. 2013 wurde in Berlin eine Bankfiliale ausgeraubt. Die Täter kamen durch einen Tunnel. Die gleiche Methode, nach der die Bankräuber auch jetzt in London zuschlugen. Sie erbeuteten dabei geschätzt über 100 Millionen Euro. Thomas Leber berichtet. Bei Razzien im australischen Melbourne hat die Polizei fünf Jugendliche festgenommen. Trotz der milden Temperaturen im Winter in Deutschland hat ein Fünftel der Bienenvölker nicht überlebt. Denn auch ihr größter Feind, die Varroa-Milbe, profitierte vom milden Winter. Dazu kommt eine nicht gerade bienenfreundliche Umwelt. Besonders hohe Verluste verzeichneten die Imker in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt-Micklocher. Die Sprengung eines 122 Meter Hohenschornsteins im sächstischen Elsterberg ging ab. Schnittiges Design, waghalsige Piloten, verblüffende Flugkunststücke gibt's alles auch bei Papierfliegern. Zu bewundern war das heute in Friedrichshafen am Bodensee. Dort wurde der beste Papierfliegerpilot Deutschlands gekürt. Der darf dann nach Salzburg fahren. Es gibt nämlich sogar eine Weltmeisterschaft. Matthias Hierreiner hat auch gestaunt. In Sochi kämpfen die deutschen Tennisdamen an diesem Wochenende gegen Russland um den Einzug ins Finale. Der liegt nach einem verpatzten Samstag allerdings in weiter Ferne. Das Team von Barbara Ritter liegt 0 zu 2 zurück. Fußball wurde heute auch gespielt. Hier die Ergebnisse der Samstagspartien in der 1. Bundesliga. Jetzt gibt's noch ein paar Details zum Sonntagswetter. Und dann wird hier in Sat.1 die Welt gerettet. Mithilfe der Transformer. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung und einen schönen Sonntag. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.